Da die Prostata einen Teil der Harnröhre bildet, liegt es nahe zu glauben, dass, wenn sie sich vergrößert, die Harnröhre zugedrückt wird und es dadurch zu Problemen beim Wasserlassen kommt. Als Folge stellen sich dann die typischen Symptome der unteren Harnwege ein. Verzögertes Wasserlassen, häufiger Harndrang, nächtlicher Harndrang, schwacher Strahl, Restharngefühl. Das habe ich so im Studium gelernt und auch noch in den ersten Jahren der Facharztausbildung. Doch das stimmt so nicht. Mittlerweile weiß man, dass es neben der Prostata noch eine ganze Reihe anderer Ursachen für diese Symptome gibt.